Lass mal sehen. Muss erst den framistatischen Kapazitator an den Maximierungsmodulationisator anschließen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen, Kleiner. Oder Kleine. Wie auch immer. Oh Mann! Das war einfach irre! Oh, ich hab gerade meinen tragbaren Computer in einen Übersetzer für den Kleinen umgebaut. Warst du weg? Hast du das nicht mitbekommen? Ich hab die Aliens in mich aufgenommen und wurde von einer Art wilden Energie erfüllt. Und Sekunden später schlüpften sie wieder aus mir heraus. Klingt nicht sonderlich glaubwürdig. Also, wir müssen Eggman finden und herausbekommen, wieso er die Aliens einfängt und was das mit seinem Plan zu tun hat, den er aushäckt. Den Plan vermasseln wir ihm nicht, wa? Ja, unsere Lieblingsbeschäftigung. Danke schön. Vielen Dank.